Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit dem kostenlosen Programm Audacity Sprachaufnahmen oder andere Audioaufnahmen durchführen und diese dann einfach nachbearbeiten kannst. Um Sprache aufzunehmen, bietet es sich an, ein Mikrofon zu verwenden. Dazu kann man zum Beispiel so ein Tischmikrofon verwenden oder ein Headset, was es beides für wenig Geld zu kaufen gibt. Du kannst natürlich auch, wenn du gar kein Mikrofon hast, das eingebaute Mikrofon eines Laptops verwenden. Dann wird allerdings die Sprachqualität nicht sehr hoch sein. Schau einfach mal im Internet. Es gibt sehr viele Artikel und auch Videos, die günstige und dennoch vernünftige Mikrofone vorstellen. Wenn man Audacity öffnet, sieht man zunächst dieses Fenster, das hier oben eine Symbolleiste enthält mit sehr vielen verschiedenen Symbolen. In diesem Video werde ich mich nun explizit auf einige sehr wenige Funktionen beschränken, weil es nur darum geht, ganz einfache Funktionen wie das Aufnehmen und Schneiden von Sounds zu besprechen. Ich speichere nun das Projekt gleich ab, denn es wird eine Menge Arbeit und eine Menge Mühe in dieses Projekt fließen. Deswegen ist es immer eine gute Idee, gleich am Anfang zu speichern, sodass man immer wieder zwischendurch auch Änderungen speichern kann und damit nichts verloren geht. Ich gehe also auf Datei, Projekt speichern unter. Audacity weist mich darauf hin, dass ich eine Audacity-Projekt-Datei speichere. Das ist also eine Datei, in der all die Teile des Projekts gespeichert sind, die ich verwende. Es ist noch nicht das fertige Produkt. Das erhalte ich später mit der Funktion Datei Export. Der wichtigste Knopf hier ist der Aufnahmeknopf. Wenn man den drückt, beginnt eine Aufnahme. Man sieht nun auch, wenn man mit dem Mauszeiger über diese Buttons geht und einen Moment den Mauszeiger dort stehen lässt, dann gehen solche kleinen Tooltips auf und die zeigen einem die Funktion. Und dahinter steht auch ein Tastaturkürzel, mit dem man diese Funktion aufrufen kann. Der Aufnahmeknopf ist also wichtig. Und was auch noch wichtig ist, dass wir hier auswählen, welches Mikrofon zur Aufnahme verwendet werden soll. Wenn ich hier die Grundeinstellung habe, dann ist das das eingebaute Mikrofon des Laptops. Ich habe jetzt allerdings ein externes Mikrofon. Und das muss ich auswählen, damit damit auch aufgenommen werden kann. Mit diesem Regler hier oben kann ich die Mikrofon-Lautstärke einstellen. Wenn ich also merke, dass meine Aufnahme zum Beispiel zu laut ist oder auch verzerrt, dann kann ich hiermit die Aufnahmelautstärke etwas reduzieren. Ich fange nun also einfach mal an, eine Aufnahme zu starten. Dazu lese ich eine kleine Geschichte, die im Rahmen des Englischunterrichts entstanden ist. Ich habe sie als Beispiel für die Schüler geschrieben, die eben solche kleinen Geschichten schreiben sollten. Es ist eine etwas unheimliche, gruselige Geschichte und ich möchte anschließend eine etwas unheimliche Hintergrundmusik und einige passende Sounds dazu mischen. Ich klicke nun also den Aufnahmeknopf und lese dann die Geschichte vor. Mit dem Stopp-Knopf habe ich nun die Aufnahme beendet und und ich habe nun zwei Aufnahmekurven, da ich ein Stereo aufgenommen habe. Wo die Kurve ausschlägt, sind tatsächlich Sounds vorhanden. Die flachen Bereiche dazwischen sind stille. Mit diesem Knopf hier, mit diesem Button, kann ich die Spur so kleiner skalieren, dass die gesamte Aufnahme in der Fensterbreite Platz hat. Um die Aufnahme nun einmal anzuhören, klicke ich hier vorne auf die Abspielposition. Damit setze ich den Abspielkopf an diese Stelle und dann beginnt auch gleich das Abspielen. Die Aufnahme hat also geklappt und nun kann ich da rangehen, weitere Sounds dazu zu mischen. Ich habe nun eine Spur aufgenommen und weitere Dinge, die ich dazu mische, kommen auf weitere Spuren. Um nun also eine weitere Datei hinzuzufügen, gehe ich auf Datei, Importieren, Audio. Man sieht, es hätte auch einen Tastatur-Shortcut gegeben. In diesem Fall arbeite ich hier auf einem Mac. Der Tastatur-Shortcut auf einem Windows-Rechner wäre wahrscheinlich etwas anders, aber sehr wahrscheinlich auch im Menü ausgewiesen. Diese kleinen Änderungen zwischen den Plattformen Mac oder Windows sind sicherlich keine großen Hindernisse, sodass das, was ich hier in diesem Video zeige, auch auf einem Windows-Rechner anwendbar ist. Nun importiere ich also eine Audio-Datei, die ich nun auswählen muss. Ich habe mir einige bereits zurechtgelegt. Einige Quellen für solche Dateien, Hintergrundmusik, Sounds und so weiter, werde ich in den Links zum Video bereitstellen. Ich habe einen Hintergrundgeräusch und Soundteppich sozusagen, der heißt hier Sea of Doom. Das öffne ich nun. Und nun sehe ich, dass diese Datei, die ich hinzugefügt habe, auf eine eigene Spur gekommen ist, auch wieder Stereo, zwei Teilspuren, und dass sie wesentlich länger ist als meine Aufnahme. Als erstes möchte ich also schon mal das wegschneiden, was ich nicht brauche. Ich markiere dazu diesen Teil hier hinten bis zum Schluss, ab dem, wo meine Aufnahme endet, und kann einfach die Entfernen-Taste benutzen, um das zu löschen. Nun höre ich mir mal an, wie das Ganze klingt, indem ich wieder den Abspielknopf hier nach vorne setze, um das Ganze abzuspielen. Ich habe den Eindruck, dass die Hintergrundgeräusche etwas zu laut sind. Daher benutze ich hier diesen Lautstärkeregler, der nur für diese Spur gilt, um das Ganze etwas leiser zu machen. Nochmal testen. Das ist schon besser. Nun höre ich mal ein bisschen weiter. Es gibt nämlich eine Stelle, wo diese Hintergrundgeräusche aufhören sollen, weil in der Geschichte der Wechsel vollzogen wird zwischen dem Computerspiel, in dem der erste Teil stattfindet, und dem realen Leben. Green turned red. It hadn't worked. Das ist also hier an dieser Stelle. Und hier bei It hadn't worked soll also dann das Ganze enden. Deswegen markiere ich das hier wieder, benutze wieder die Entfernen-Taste, um das abrupt aufhören zu lassen. He shot a few. Then the screen turned red. It hadn't worked. He shut down and went to bed. Something clutched his throat. Here it was. Okay, das ist zwar jetzt noch nicht perfekt, aber es geht in diesem Video jetzt ja nicht um ein tolles Hörspiel, sondern um das Prinzip. Ich habe noch eine weitere Datei, die ich hinzufügen möchte. Das mache ich wieder mit Datei. Importieren. Audio. Gunfire and Voices füge ich auch hinzu. Das Fenster wurde jetzt gesoomt. Meine Aufnahme ist die längste Spur. Die füllt den ganzen Fensterbereich. Dann kommt das, was ich vorher hinzugefügt habe. Und jetzt hier unten das, was ich zuletzt hinzugefügt habe. Und das ist sehr kurz. Um das jetzt hier an die richtige Stelle zu schieben, nehme ich das Verschieben-Werkzeug hier oben und kann dann einfach diesen Teil irgendwo hinschieben und nun mal anhören, wie das Ganze klingt. Okay, das ist also viel zu laut. Das mache ich jetzt deutlich leiser. Nochmal Test. Immer noch zu laut. Diese Geräusche dürften ruhig noch ein bisschen weiter gehen. Deswegen schalte ich wieder hier um auf das Auswahl-Werkzeug, markiere das, benutze den Button hier oben, kopieren und einfügen. Setze den Cursor hier hin, füge ein, um das Ganze einfach zweimal hintereinander abzuspielen. Ich gehe wieder zum Verschieben-Werkzeug, schiebe das hier dran und teste nun wieder. Okay, so kann ich das mal lassen. Das wäre natürlich jetzt noch bei weitem ausbaubar und verbesserbar. Aber wie gesagt, es soll hier nur ums Prinzip gehen. Wir haben also Teile entfernt, weggeschnitten, wir haben die Lautstärke angepasst, damit die einzelnen Spuren passend in ihrer Lautstärke zueinander sind und wir haben Teile kopiert und aneinander gefügt, um denselben Soundeffekt mehrfach hintereinander abzuspeichern. Ich habe zwischendurch immer mal wieder gespeichert hier mit Projektspeichern bzw. ich habe es mit der Tastatur gemacht. Was jetzt am Schluss kommt, ist das Projekt zu exportieren. Das heißt, alle Spuren in eine Sounddatei zu schreiben. Dazu gehe ich auf Datei, Exportieren und bekomme nun verschiedene Möglichkeiten, welches Format ich auswählen kann. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wo die Sounddatei weiterverwendet werden soll. Wenn sie zum Beispiel auf einem Mac-Rechner verwendet werden soll, dann ist dieses AIFF-Format ganz gut geeignet. Auf einem Windows-Rechner funktioniert WAV sehr gut, wobei es sehr viel Speicherplatz benötigt. Die flexibelste und kleinste Lösung bezüglich des Speicherplatzes ist MP3. Wenn man das allerdings verwenden will, muss man ein zusätzliches Softwarepaket installieren, damit Audacity eben diese Umwandlung in MP3 vornehmen kann. Wie das funktioniert, ist im Anleitungs-Wiki von Audacity beschrieben. Den Link dazu perke ich in die Links zum Video. Ich wähle jetzt hier einfach mal WAV aus. Das wird wahrscheinlich für die meisten Benutzer auf Windows-PCs die häufigste verwendete Lösung sein. Ich gebe einen Dateinamen und klicke Save. Audacity sagt mir jetzt, dass diese Tonspuren in zwei Stereokanälen zusammengemischt werden. Das ist in Ordnung. Das brauche ich auch in Zukunft nicht mehr zu hören oder zu lesen. Jetzt kann ich noch Metadaten eingeben. Das heißt, ich kann eingeben, wer der Künstler zum Beispiel war oder wann das Aufnahmejahr war und so weiter. Das brauche ich alles für meine Zwecke nicht. Ich klicke einfach OK und damit habe ich nun dieses Projekt, was aus drei verschiedenen Spuren besteht, aus all den Zuschnitten, Zusammenhängen und so weiter, exportiert in eine WAV-Datei, die jetzt hier zu sehen ist. Und diese kann ich nun beliebig weitergeben, auf anderen Rechnern abspielen und so weiter. Um diese abzuspielen, braucht es nur einen ganz normalen Audio-Player, wie zum Beispiel VLC-Player oder den Windows-Media-Player. Um das Projekt wieder bearbeiten zu können, braucht es Audacity. Aber dann, das ist in den meisten Fällen ja dann nicht mehr nötig. Sobald es fertig ist, das Projekt, wird es eben exportiert in eine transportable Datei, die überall abgespielt werden kann. Und somit kann ich diese dann auch zum Beispiel im Unterricht weitergeben oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du an anderen Erklärvideos zu ganz verschiedenen Themen interessiert bist, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.